Ja, zurzeit nehme ich an einer Challenge teil und zwar mit der Andrea Balschuh vom Deutschen Fernsehen und sie macht ein Video Coaching. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin total begeistert, wie sie das macht, mit Herzblut und was mich noch mehr begeistert sind, klare Ansagen, nicht meh-sit, nein, ganz klar, ich wünschte mir von dir. Und das soll auch ein Teil unserer Gruppe sein, lernen, wie gebe ich Feedback, wie sage ich dem anderen, ohne verletzend zu sein, wie sage ich klar, was ich will, wie reagiere ich auf so saudumme Fragen, warum kommst du zu spät? Ich, weil ich es kann. Ganz alltägliche Dinge, die wir in der Hektik der Zeit vergessen und ich sehe gerade meine Brille, die auch diese spiegelt. Ja, meine Sterne spiegelt auch. Wie gehe ich damit um, wenn ich sehe, dass jemand zum Beispiel seine Hosen nicht zugemacht hat, wenn die ganzen Zähne voller Lippenstift sind? Oder wenn mir was gefällt. Wie kann ich einfach sagen, ohne sich komisch vorzukommen, sich blöd zu fühlen, wenn ich sage, wow, total coole Schuhe hast du heute an. Alltägliches auf der Zunge zergehen lassen, in der Wortküche beim Denkfasten. Hoffe, du bist dabei. See you soon. Und die Challenge übrigens von der Andrea Balschu kann ich dir nur ans Herz legen. Bin ich perfekt, niemand ist perfekt, aber sie macht das mit Herzblut, mit Emotionen. Also melde dich beim nächsten Mal bei ihr. Bye, bye.